so machen wir hier mal noch mal die man mal noch mal hoch leiter benutzen wer lesen kann ist klar im vorteil also ich würde sagen wir gehen jetzt erst mal zu diesem grünen signal na gut erstmals der bude natürlich was war das hier hatte vorhin noch einer gelegen die ist erst mal erledigt das kollege da ist aber noch irgendwo da ist weg erledigt so grünes gel ich sollte mehr mit der pistole schießen und die schrotmonie sparen das grüne signal kam von da hinten da gehen wir auch jetzt mal hin erfassen totemobius mädchenstimme ok wir gehen erst die richtung hört man schon wieder ein schreien das nehmen schießpulver kommt alles mit informationen willkommen in juni und broschüre juni und ist die perfekte mischung aus kleinstadt charm und modernem komfort umgeben von zahlreichen naturwundern kommen sie und erleben sie einfachere zeiten wo sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen lächeln ihrer mitbürger empfangen werden lassen sie das hektische treiben hinter sich und kommen sie an einen ort der sie mit offenen armen empfängt juni und schön dass sie hier sind ich persönlich könnte gerne darauf verzichten aber da werden wir anscheinend ja nicht mehr gefragt schießpulver abgesperrt sonst haben wir hier auch nichts mehr ich höre sie hier überall einfach nur brüllen so was liegt denn hier noch eine flasche so vielleicht mal ein bisschen grünes gel aber sich mache das du 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 Komm, falle um. Komm, grün ist Gell. Holen wir doch alles mit. Ey, man weiß einfach nicht, wo die sind. Okay, ich weiß es. Ich weiß es. Zack, erledigt. Grün ist Gell. So, das müssten eigentlich hinten die auch gehört haben. Okay, anscheinend nicht. Unbekannte Resonanz. Hüterarmbrust. Sollen wir die jetzt alle erledigen, oder was? Am besten. Am besten. Hm. Hm. Wow. Wow. Mick, 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 Mick. Scheiße. Warum hat die mich gesehen hier, Alter? So, erledigt. Oh, Mist, 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 Mist. Improvisieren. So. So, Schrotmoni. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, machen wir es mal so. Die Schrotmoni bringt viel mehr. Komm, fallo. Man, oh, 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 man. So viel zu dem Muni bringt mehr. Leck mich am Arsch. So, da ist ein toter Mobius, Munition nehmen, los komm, gib mal ein bisschen Gas, Sebastian. Da ist auch noch ein toter Mobius, gehen wir natürlich auch noch kurz hin, Mobius. Oder auch nicht. So viel schönes grünes Gehen. Danke schön meine Freunde. Muss man aber jetzt trotzdem Munition herstellen. So, da hatten wir 5 Schuss. Machen wir mal voll. Herstellen. Schrotmoni. 2 Schuss. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir auf jeden Fall mit der Pistole ein bisschen spielen. Hydranten aufdrehen. Tun wir doch. Hier. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Jetzt hast du sie wieder. Hüterarmbrust benutzen. Maus 2 halten ziehen. Maus 1 halten spannen. Maus loslassen schießen. Bolzentyp wechseln. Gut. Brauchen wir nicht alles vorlesen. A.D. Blätter. So. Gut. Was ist denn jetzt? Waffenteile nehmen. Nehmen. Harpunenbolzen. Harpunenbolzen. Nehmen. Nehmen. Können wir nix machen. So. Diese Richtung. Diese Richtung. Was? Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schle- Geht. Das ist ein Flieger. Was? 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 Das ist zurückgelassen, gilt hier nicht. Hast ein Problem damit. Soll das ein Zwitsch sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut, dann sichern sie die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalt es ohne Rüsselgang aus. Was zum Teufel war das? Was auch immer. Offenbar waren sie hier. Aber wohin sind sie gegangen? Huh? Noch mehr Signale. Noch mehr Signale. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. So, das ist Mädchen. Okay. Schauen wir weiter. Wo komme ich denn auf die Karte? Wo komme ich denn auf die Karte? So, rennen wir nochmal in den Garten. Und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. So, das ist es. So, das ist eine Frage. So, das ist eine Frage. Da ist einer drin. Wir gehen jetzt mal hier rein. Wenn wir reinkommen, öffnen. Bitte vergib mir meine Sünden, bitte vergib mir meine Sünden, bitte vergib mir meine Sünden, bitte. Bitte vergib mir was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte. 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 Jetzt habe ich gedacht, jetzt hätte ich mal einen gefunden, der normal ist. Hallo? Hallo? Ich stimme auch so, Megan. So, Nummer 1. Das erledige ich, denke ich auch. Ja. Pfff. Klasse. Pfff. 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 So... Weißt du, jemand mit dem Computer da runterkommt? Ja, ja... Wenn du das sagst... Ich würde da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Okay, war... Wo sind sie? Wo sind sie? So, erledigt. Zumindest die beiden. Boah, was ist denn hier passiert? Ja. Da war ich eigentlich schon. Aber okay. Ja, ja, ja. Keine Zeit. Ich geh zur Lackiererei. Du weißt, wie man mit dem Computer da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich geh zur Lackiererei. Vorrede besorgen. Treff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Im Besucherzentrum? Warum? Ich hab den Überlebenden gesagt, sie sollen sich da verstecken. Ich muss sie erledigen, solange sie noch ängstliche Bürger sind. Es ist einfacher, sie zu töten, bevor sie sich in diese Dinger verwandeln. Guter Plan. Aha. Super Plan. Einfach alles ausschalten. Klar. So. Dann gehen wir jetzt nochmal hier runter. Und diesmal offiziell. Hm. Wo komm ich denn hier mit wohl hin? Drei Prozent. Yay. Yay. Wuppidoo. So. Hier muss ich wahrscheinlich jetzt auch gegen den Kämpf. Wuppidoo. Das mag. Waffenarsenal. So. Pistolen Munition. Die Spritze ist voll. Öffnen. Dann wandern wir jetzt noch einmal da runter. Oh ja. Da kamen ja die zwei hübschen Männer aus dem Aufzug. Oh ja. Pass auf Sebastian. das schlimm ist einfach nicht was passiert gehen wir mal hier rüber das war auf jeden fall der weg den wir vorn gegangen sind und öffnen was haben wir hier die haben wir das haben wir alles gewollt das haben wir alles heißt wir sind die zum sonst hier oder warte scheint so öffnen bolzen schock bolzen auf 3 das probieren wir jetzt auch aus so die tür ist auf jeden fall auf mal schauen ob wir jetzt was machen können geht nix ok also hätten wir doch nicht mehr hierhin gemusst naja ich wusste es ja nicht oder können wir hier noch was machen da geht auch nix alles gut dann gehen wir wieder raus oh es ist alles so herrlich hier und halten es löht wieder die hübschen bäumchen ich will hier hochklettern hier hochklettern und der hat keine ausdauer mehr blatt blatt wie eine flunde die mädchen stimme unbekannte bergezones pistole munizio ok gut gut gut